Ah, okay. Oh, hier ist hier ein Tropfen. Mal gucken, ob wir uns stärken können. Oh ja, das zweite ist auch cool eigentlich. Okay, er will das Armband. Will ich ihm aber nicht geben. Das brauche nämlich ich. Aber hier scheint wirklich was zu sein. Auch wenn es nicht danach aussieht. Äh, das war's auch schon. Cool. Äh, Finkugel. Yeah, zeig mir deine Pracht. Och, du Kacke. Darf ich nie wieder sagen. Ich spüre, da sieht noch viel mehr kann. Sagt er ebenfalls. Also ein Ilkisch. Oh, so viele Portale hier ist auf jeden Fall. Ah, einfach mal. Nein, eins erst mal öffnen. Ich will erst mal gucken, was hier ist. Ah, Haller 14. Was ist denn das? Oh, ich hab keine Dunkelheit. Alter, stark. Ja, eigentlich könntest du mal angreifen, aber... Fuck, du kannst ja nur Larap. Äh... Ah. Orkanatem. Du bleibst von hinten stehen und du machst schön Skills. Ja, der zuerst, bitte. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Damn. So, dann krieg dir jetzt einfach mal was in die Fresse hier. Ah, ich liebe Wavemaster. Ah, fuck. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Damn. Ja, Dunkelheit. Nicht Donner. Richtig Larap. Gehen wir einfach gleich zum nächsten. Oh, Mann. Don, Dunkelheit. Tod. Ah, stopp. Ich hör wieder... Ah, Mushroom. Ah, lass mal gucken. Ne, gehen in Ruhe. Mushroom. Mushroom. Also, also Pilz. Huch. Geil. Grüner Orkan. Oh, ein Symbol. Oh, noch eh ins Leicht daneben. Was ist los? Oh ja, Rixim. Oh, geil. Du brauchst mich nie wieder heilen. Oh. Ey, immer diese Aufstöße. Oh, hier war Mushroom. Nicht zu elk. Nicht zu elk. Alter. Ja, genau. Hau mal zu. Mit dem Stab. Macht ja so viel Schaden. Mushroom. 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 Noch einer. Noch einen sowohl. Abjugger des Wald. Oh, Alter. Das wird jetzt kacke. Nicht einschläfern lassen. Ah, Mist. Das wäre aber elk. Weiß ich auch nicht. Ähm. Ähm. Glücksrad. Level up, ey. Oh. Flammenaxe. Für Pyro ist gut, aber... Jetzt ist er nicht dabei. Darum werde ich sie verkaufen. Ja, ich werde nur die ausrüsten, die auch dabei sind. Nicht alle auf einmal. Würde nämlich Offscreen machen. Also, wenn ich alleine gesockt hätte. Ähm. Für eine Kiste. Sofort. Ich hasse euch. Und da durch. Na, ich gehe nach rechts. Und da durch. Oh, warum? Gandalf kann nicht hoch. Ey, nur das gleiche kann ich hoch. Warum hat der sich nicht gegeben? Und angreifen. Ja, ja. Bambam. Pils. Mashroos. Mashroos. Oh, da hinten sind noch mal Pils. Was hast du, die Viecher? Die können einschläfern. Ah, und zu spät. Ähm. Geistes was. Fail. Äh. Geistes was. Und. Glückstrauch. Funken. Funken klingen? Fail. Nein. Nehme ich nicht an. Und. Und dann. Ah, da. Nice. Die Gegend ist eigentlich auch nicht so schwer. Fail. Boah, immer mehr Pilze. Was ist denn los? Die sind echt sehr verbreitet. Ah, da. Ah, da. So. Berggarde. Garde. Berggarde? Berggarde? Oh, war zum Verkaufen. Ist ja cool. Ja, kann ich nicht nehmen. Da freut mich gar immer. Skills. Genau der richtige. Ach, die sind weitelemental. Hab ich auch nicht gesehen. Ich hab' ich auch nicht gesehen. Ich hab' einen tropft geachtet. Stimmt ja. Ich kann ja was reinschmeißen in die Quelle. In die Müßquelle. Bei Monsieur. Der erotische Mensch. Äh, Tropfen. Oh, noch Ena. Gruntys, ey. Die haben so viel Glück. Die werden nur gefüttert, ey. Na, 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 na. Das ist Hilfe. Laura. Ja, ich kann nicht dann auch mal spielen und so. Äh, äh. Waffen. Na? Kannst du jetzt schon stärken? Nee, nee. Äh, denn nicht. Ich glaub, der kann schwächen. Ah, das mach ich nie. Das mach ich wirklich nie. Weil es einfach ätzend ist. Geht doch nicht. Warte. Äh, falscher Knopf und so. So. Ah. Immer wieder. Achso, ich kann einfach so machen. Fähig. Ah, ich... Eigentlich ganz gut, dass wir gerade das Weizen wegen dem Tempo sprechen. So viele hab ich ja auch nicht. Ah, da oben fliegt was. Ah. Jetzt hat man's gesehen. Das ist das Geräusch, nämlich. Maschinen. 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 Nervlich, die Viecher. Hab wahrscheinlich wohl schon 50 Stück davon. Links ist noch einer. Alter. Was wollte ich? Nein. Na. Äh, was wollte ich? Da ist das Wasser. Aber kein Scharni noch. Keine Truhe. Masch. Masch. Arsch. Masch. Noch einer. Masch. Irgendwo. Da ist er doch. Nein. Oh. Oh. Oh, zwei. Na komm. Oh, da hinten sind noch welche. Und ich bin immer gezwungen hinzugehen. Oh. Links ist noch einer gewesen. Ist mir egal. Das war gut. Stirb bitte. Ah je, ja. Bergschuhe. Nein. Nochmal Bergschuhe. Ich glaub, Bergschuhe können auch Wavemaster tragen. Bin ich mir aber nicht sicher. Nein, besonders die können's nicht. Zwei, drei hab ich sogar, glaub ich, die Kurve für mich selber. Nee, doch nicht. Schwächer. Aber ich hätte ein anderes Verstärkungsgeheer gehabt. Nichts mehr. So. Die zwei noch. Oh, da ist unser Bol. Alter. Was ist los mit euch hier? Gangbang. Oh, da oben fliegt's. Und ich weiß, was es ist. Oh nein. Oh, nicht dein Ernst. Er hat's nicht bekommen. Er war zu weit weg. Rick Seam. Hm. Fail. Oh, kritischer Schreffer. Alle Feldportale wieder offen. Yeah. Ah ne, ich brauch nicht. Ich hab mein Rick Seam. Müßkolle. Müßkolle. Ja ja, immer wieder das gleiche. Und eine Waffe. Ich schmeiß jetzt die Waffe rein, auch wenn es wahrscheinlich zum Schattenmesser wird oder so. Und eine Prost ums Schattenmesser. Keins von beiden. Was? Oh, das ist es. Tilt. Oh, Schattenmesser. Stangenklingen. Das für ein Müll. Die hatte ich, glaube ich, davor mal. So, auf zum Dungeon. Ah, hier muss ja auch was sein. Überall muss was sein. Oh, wieder Magen. Oder doch nicht. Ja, Steine. Der ganz dunkle Dungeon. Denke ich mal. Oh, der ist auch dunkel. Oh, hier ist alles befallen. Dieses Ort war nicht so. Die Liefe, die uns jetzt gesagt haben, ist nun wahr. Liefe? Ich hätte lieb, um dich hier zu kommen. Und jetzt ist es wahr. Liefe! Ah, nein. Ich brauche doch keine erste Hilfe. Nein, das ist, glaube ich, ein ganz großer Dungeon. Irgendwie so viel Verzweigung sind, ey. Ich will ein Buch haben. Ein Misty-Buch. Und der Dungeon ist dunkel. Für YouTube. Das weiß ich, glaube ich. Wundtrank. Hat er nicht schon genug oder so? Na, mach doch mal kaputt. Oh, noch ein Wundtrank. Geil. Und jetzt nach oben. Was sind das für Gegner? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sie sind zwar mit einem Schlag tot. Aber sind sowas von mächtig. Alter. Das sind sowas von stark. Ich kann Level 2 Zauber schon auf uns wirken. Einfach so. Oh, Panther-Tuch. Hat der Elk nur. Panther-Tuch. Nochmal. Again. Ja, hat er schon. Oh, wie viele Drohnen sind denn da? Ha. Karte gucken. Vier Stück. Wundrank. Der Nah. Der Nah. Wundrank. Heilgift. Alles geil. Gegengift. Nicht Heilgift. Haben sie einfach mal so Rinnig-Slack-Schied-Ruhnen. Noch nicht mal symmetrisch oder so. Heiliges Mark. Der Teufel. Hm. Heiliges Mark. Das ist gut, dass ich sowas kriege hoch. Ich brauche irgendeine Galle. Die dunkle Galle oder wie es heißt. Das brauche ich. Da kriegt man nämlich so viele gute Gegenstände mit dem Zeug. An sich auch mit brennendes Öl. Oder hier, heiliges Mark. Manche wollen das halt im Tausch haben. Da gehe ich nach links und dann erst mal nach oben. Ach, die sind kein Problem. Alter. Donnie. Ey, du bist so bescheuert. Immer auf die schwachen jene. Heilen bitte. Ist jeder was Böses? Bin ich lewerb? Ja. Tatsache, oder? Ich glaube schon. Ich glaube Tempospruch bleibt noch ein bisschen. Ich gehe doch erst mal nach oben. Ah, weg ist er. Wie war es bei Elk? Wir sind gerade mal in der ersten Etage. Ah, ich habe noch genug dabei. Ab du Sau. Geisteswasser. Oh, richtig. Oh, zwei Stück. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Oh, rechts war auch eins, glaube ich. Ja, Tatsache. Was habe ich denn für ein Glück heute? Der Teufel. Da, 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 da. Geisteswasser. Na komm. Oh, ich smashe gerade ernsthaft auf meine Tastatur hier. Endlich weiter drücken, weiter drücken, weiter drücken. Da unten das andere, letzte. Hoffentlich sind nur zwei Etagen. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Für Dungeon. Oh, 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 fuck. Oh, Glück gehabt. Der hat jetzt Fall abbekommen. Ne, die machen, glaube ich, nur Level 1 Zauber. Im Moment. Oh. Einen kurzen Cut machen.